Top 5, Vorsitzel. Der Fint. Nummer 1. Okay Patrick, du näherst schon die ganze Zeit. Jetzt fliegst du raus. Ich bin noch nie geflogen. Nummer 2. Hey, hast du Lust zum Wandern? Nö, kein Bock. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Nummer 3. Ich mag Kugeln. Nummer 4. Du baggerst mich die ganze Zeit an. Was soll das? Nummer 5. Ich mag Züge. Danke fürs Zusehen und auch ein Dank an Patrick, dass er dieses Video mitgemacht hat. Ja, und hier kommt ihr zu unserer Facebook-Seite. Und hier zu einem coolen Baller-Film, der vorherige Film. oder wie ich scream. Zurück. Bis zum nächsten Mal.